Hallo Leute, hier ist GamersBrownTV mit 100 Abonnenten. Ja, wir haben endlich die 1-0-0 bei den Abonnenten stehen. Wir sind so, ja ich zumindest, ich bin richtig glücklich. Um 22.53 Uhr haben wir unseren hundertsten Abonnenten bekommen. Und ja, Lukas, dazu jetzt einige Worte. Ja, einige bewegende Worte. Genau, wir müssen uns auf jeden Fall bei unseren Abonnenten bedanken. Ja, genau. Also als erstes möchte ich mich natürlich an euch bedanken. Fettes Dankeschön, dass ihr euch unsere Videos reinzieht. So einen Scheiß kann man eigentlich nicht ertragen. Ihr ertragt es, ihr seid die Besten. Richtig. Dann bedanke ich mich natürlich bei Kevin, unserem Leiter, sag ich mal. Der Leiter von GamersGround, der das Ganze erstmal ermöglicht hat. Der uns den Rücken gestärkt hat. Der auch noch ein bisschen Werbung für uns gemacht hat. Dann natürlich großes Dankeschön an ConCrafter. Mit ihm mache ich ja das Interview und alleine die Ankündigung, wo ich ein paar Fragen wollte. Also wo ich die Community dazu aufgefordert habe, ein paar Fragen zu stellen. Das hat uns dann auch nochmal einen ordentlichen Abonnentenschub gegeben, mit dem wir eigentlich gar nicht gerechnet haben. Ja, dazu ein großes Dankeschön auch an ConCrafter und natürlich an die Community von ConCrafter. Richtig. Und wir haben uns jetzt für die ersten 100 Abonnenten was überlegt. Und zwar haben wir jetzt gedacht, dass wir einfach mal jeden einzelnen Kanalnamen bzw. Abonnenten hier einfach mal nacheinander vorlesen. Das ist erstmal so unser 100 Abonnenten Special, würde ich sagen. Ja, nichts großes Special-Leagues, aber ich finde, naja. Genau. Why not? Einfach mal so richtig. Einfach mal an jedem einzelnen bedanken. Okay. Wer fängt an, Lukas? Äh, Lukas, ja, Lukas, 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 Lukas. Wenn ich anfangen soll, fange ich an. Mir ist es relativ wurscht. Okay, dann fängst du jetzt an. Okay, ähm, auf der ersten Seite, also wir lesen es jetzt nicht irgendwie nach den, äh, wer hat uns zuerst abonniert vor, wir lesen es einfach so vor, wie es bei uns in der Liste steht und fertig. Der erste Kanal, der hier steht, ist Kanal von Mowry BMG. Richtig. Der zweite Kanal auf unserer Liste ist LongplayerLP. Ein Dankeschön an dir. Ein herzliches Danke auch an Kanal von Airsoft Hilfe. Und, äh, das nächste Dankeschön geht an Simbota, wenn ich das jetzt richtig vorgelesen habe, ich hoffe. Ja, Nico, in deiner Stimme höre ich schon vollen Wind mit Sahne. Oh, an dich ein herzliches Dankeschön. Richtig. Und auch an dem neuen Kanal, äh, Schlag mich tot, dessen Namen ich gerade nicht komplett... Ja, bei mir ist es auch, ähm, ein bisschen abgehackt gerade. Ich klicke mal drauf. Auch, neuer Kanal, äh, Kobulak HD. Okay, an dir... Auch ein sehr schönes Kanaldesign, also irgendwie... Hat was, ja, hat was. Okay. Ähm, ein nächstes Danke, ich muss mal auch auf den Kanalnamen klicken, an DJUltraChillersHome. Und das nächste Dankeschön geht an Multikatze11. Miau! Der nächste Kanal, ich kann mir schon denken, was er heißt, wie er heißt. Kanal von MasterToe1994, schade, ich hatte jetzt an MasterToster gedacht, aber gut, schade. Schade, ja. Das nächste Dankeschön geht an EltaPro. Wow, ich glaube, das ist auch unser Abonnent mit den meisten Abonnenten. Nee, 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 Quatsch. Ach, egal. Also der nächste aktive Kanal mit den meisten Abonnenten. Dann, äh, ein dickes Dankeschön an, ähm, die Let's Plays mit dem Totenkopf, äh, von... XXMarius90XX. Ja, zu Marius habe ich ja hin und wieder noch Kontakt. Ähm, ehemaliger, naja, egal, lassen wir es. Ich habe jedenfalls mit Marius noch ein bisschen Kontakt. Danke auch an dich für das Abo. Ja, das nächste Dankeschön geht an Klimhanf. Ähm, was auch immer damit gemeint ist. Naja, okay, du bist wieder dran, Lukas. Ja, ein Dankeschön auch an Yannick98. Ja, und das nächste Dankeschön geht an TheHasenMG. Auch ein alter Bekannter. Gut, ein Dankeschön auch an SuperBennyLet'sPlay oder LP. Ich nehme mal an, dass das Let's Play heißen soll. Okay, das nächste Dankeschön geht an Hulsi. Hulsis Let's Plays, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, und MrDaniKong ist auch mit von der Partie. Und das nächste Abo ist von JinkMedia. Naja, nicht ganz, das ist von meinem, äh, privaten Account, Lukasden4. Ach ja. Damals, womit es halt alles begonnen hat. Okay, der nächste Abonnent. Lukas, lies ihn mir bitte vor. Kanal von HDR Tolkien. Sorry, wenn wir es hier ein bisschen falsch aussprechen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie man es ausspricht. Ihr habt mich falsch ausgesprochen. Ich, ich höre es schon. Ich höre es schon und, äh, die Abonnenten hier rumschreien. Äh, auf jeden Fall geht das nächste, äh, Dankeschön an SchinkMedia Tracks. Wo wahrscheinlich die Tracks von SchinkMedia hochgeladen wurden. Okay. You don't say, Nico. You don't say. Oh yeah. Das Dommer auch an dich ein großes Dankeschön. Okay, das nächste Dankeschön geht an MrUnbekanntX. Äh, den kenne ich aber nicht. Ich auch nicht. Der ist mir total unbekannt. Okay, dann auch ein Dankeschön an ISayForTheWin1. ISayFTV1. Okay, das nächste Dankeschön geht an... Willkommen auf dem Kanal. Wer auch immer ist. Das ist von dem YouTuber Insa8. Und, äh, du bist natürlich auch willkommen auf unserem Kanal. Genau. Ich habe irgendwie momentan ein bisschen Durst auf Limonenlamin... Äh, genau. Auf dieses Getränk. Rate mal, woher das kommt. LemonLarryLP. Ja, von ihm bestimmt. Aber dem müssen wir auf jeden Fall ein Danke dalassen. Dankeschön auch an dich, würde ich sagen. Ja, ähm, nicht zu vergessen, äh, das ist ganz wichtig, auch ein Dankeschön an BillHurstXD. Ja, Dankeschön an dich. Danke, danke, danke. Okay, das nächste geht an... Saver. Piep. Äh, ja. Okay. Seit wann können YouTube-Namen piepen? Sie können es. Ja, sie können es. Genauso wie Tobi Otto piepen kann. Denn der hat ein Abo bei uns. Und alle, die ein Abo bei uns haben, können piepen. Naturgemäß. Richtig. Und Dankeschön an dich. Äh, der nächste Dank geht an SirDarthDragon. Ja, Dankeschön an dich. Ja, und ein Dankeschön auch an KlebestiftTV. Du hast uns vor dem Bildschirm geklebt. Du hast uns motiviert, weiter Videos zu machen. Ein dickes Dankeschön an dich. Und wir hoffen, dass du natürlich auch an unseren Videos klebst. So, äh, das nächste Dankeschön. Geht an ZelloMeloLP. Ja. Und an Elbato2400. Genau, an dich ein Dankeschön. So, das nächste Abo kommt von StrippleGamingTV. Und das übernächste von It's On. An euch beiden auch ein dickes Dankeschön. Ja, und das nächste Abo kommt von Aosu02. Ein Dankeschön an dich. Das heißt O2, Steichwerbung. So, das nächste Dankeschön geht an Ich will Feuerwehrmann werden von Griesufi. Okay, das nächste Dankeschön geht an EasyBlogLP... Ja, das nächste Dankeschön geht an den Kanal von Meister... Ich gucke mal rein, wie der richtige Name heißt. Meister Yoda1313. Ein dickes Dankeschön an dich. Und wir gehen jetzt mal zur nächsten Seite weiter. Ja, Nico, das war extra. Okay. Ähm, ja. So, das nächste Dankeschön geht an Let's Plays und Let's Shows. Wie auch immer der... Das ist von dem YouTuber Skylight. Okay, ein dickes Dankeschön an dich. Richtig. Ja, ich auch. Ja, das nächste Dankeschön geht an Kanal von MrFreshSilvo. Yo. So, das übernächste Danke geht auch an Gothic5News und Infoseite und Co. Ähm, unter anderem von Max Betrieben, Max von MasterLP, könnt ihr auch einen Blick reinwerfen. Und ich sehe gerade, wir haben 101 Abonnenten. Unglaublich. Da müssen wir den letzten wohl auslassen. Tut mir leid. Nein, mache ich. Okay, jetzt den nächsten Namen müssten wir hier auch mal vorlesen. Gothic5News... Ja, das meinte ich, das habe ich gerade. Ähm, ja. Achso, das hattest du gerade. Ja, genau. Okay, dann danke ich jetzt dem Freddy Klaute. Klaut. Ja, das ist ein ganz lieber. Äh, genauso lieb, mindestens genauso lieb wie Julie Cooley, äh, Pi. Okay, und natürlich genauso lieb wie Kanal von Megaman, ähm, 1304. Ja. Und das nächste Dankeschön geht an Ipeep. Ähm, ein Dankeschön an dich. Moment, ich habe mal gerade ganz kurz, ähm, Ipeep. Achso, Piep, ja, okay, Piep. Ja, das nächste Dankeschön geht dann auch an IsDoomLPX. Richtig, Dankeschön an dich. Und, ähm, das nächste geht an Let's Play Filmkritiken. CS, Doppelpunkt, Covid, bla, Punkt, 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 Punkt. Covid, gar, bla, genau. Cold Strike Global Offensive. Äh, und das gehört der Kanal, der Kanal, das Kanal, whatever. Ewa, der Kanal gehört zu Sirius N. Okay. Dankeschön auch an dich. Das nächste Dankeschön geht an den guten Sleven. Ja, Sleven, Dankeschön aus, äh, Dankeschön aus dich. Dankeschön an dich. Du bist ein guter GG-Mitarbeiter in der Redaktion von, ich meine in der Redaktion von Dragon's Dogma. Äh, schlag mich, wenn ich was Falsches gesagt habe. Ja gut, ich komme dann gleich rüber und dann kriegst du erstmal einen Routerskick ins Gesicht. Nee, ähm, okay, äh, das nächste geht an Z-Pounds, Z-Z. Okay. Du musst es älpisch aussprechen, Z-Z-Pound, 3-D-Z-Z. Dankeschön an dich. Also in seiner jugendlichen Flag-Sprache, also Z-Z-Pound, D-Z-Z. Damit habe ich auch schon mal gemacht. Ja, sowas kenne ich. Das nervt. Okay, ähm, ja, das nächste Dankeschön geht an Let's Manu. Und das übernächste geht an den Kanal von MrGamer99, ganz viele Zahlen im Namen, soll aber so ziemlich das bedeuten. Oder um es formell auszudrücken, MrGam4M3R99, whatever. Und der nächste geht an Endertrans, äh, ein Dankeschön an dich, auf jeden Fall. Ging nicht der nächste an kranker Scheiß, Moment, ich muss mal gucken, wie der komplett heißt. Also kranker Scheiß, äh, Bitches, ähm, Bitches, von XX, D-O-G-X-X. Dankeschön an dich. Okay, ähm, das nächste Dankeschön geht auf, äh, also auf, genau, es geht auf. Nee, es geht an Gott auf Schenghai-Ni. Ja, so würde ich es aussprechen, Schenghai-Ni. Ähm, das danach geht an Aaron Siebert, sobald, 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 ne, ich byte dich gleich auch, mit 7 Megabyte. Ähm, soweit ich weiß, ist Aaron auch, äh, ist das der Aaron aus dem GG, Skyrim, äh, Skyrim-Moderation. Äh, ich kann mich aber erinnern, es gibt viele Aarons auf dieser Welt. Ein dickes Dankeschön an dich auf jeden Fall noch. Dankeschön. Ähm, okay, das nächste Dankeschön geht an Aar... Wie spricht man das denn aus? Aarnd-LP? Aarnd-LP. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie man nicht ausspricht, Dankeschön. Äh, das nächste, das kann ich ganz gut, das kann, das kann Nico auch vor allem ganz gut. Ja, mu-ku-mu. Weil Nico steht öfters, ähm, auf seiner Wiese und mutt ein bisschen. Ja. Äh, ist ganz unterhaltsam, vor allem, wenn man da vor den Hut legt und sagt, ähm, ja, bitte spenden für die arme Kuh hier, ähm. Richtig. Das hat auch, ähm, das hat auch, ähm, der Anime-Fan 2594 gesagt, der hat auch ne fette Spende da gelassen, und zwar in Form eines Abos. Äh, da bedanke ich mich natürlich ganz feste bei dir. Ja, genau, und der nächste Dankesgruß geht an InExtremofreak91. Oh, InExtremo, ich mag die irgendwie, keine Ahnung, die sind cool, die Typen. Ähm, ja, dann der nächste geht an Bikinibotten, Tadeus1994, herzliches Dankeschön für dein Abo. Richtig, und Sponshop ist übrigens cool, müsst ihr auch mal gucken, äh, ja, Schleichwerbung am Rande. Ne, das nächste Abo ist von Rixen, oder Rixen, ja, also... Ja, Rixen ist, denke ich, auch die Aussprache. Richtig. Ja, oder auch ein Didi, danke, du. Der nächste Dank geht an InkGamingKiwi, Dankeschön. Das nächste Dankeschön geht an Tutorials, Let's Play, etc. Äh, natürlich ein Dankeschön an dich, ein Doppel... PainHateYou heißt der YouTuber, das ist mein Kanalname. Okay, ja, ich seh die YouTuber-Namen nicht. Ah, egal, das nächste Dankeschön. Lukas, an wen geht das? Das sagst du uns jetzt mal, das vermittelst du uns, du bist der Dankeschön-Vermittler. Okay, ich bin der Dankeschön-Vermittler. Ja, das nächste Dankeschön geht an MasterLP. Die Jungs kennt er ja wahrscheinlich. Wir stehen ja auch eigentlich im recht guten Kontakt momentan. Relativ. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Der nächste Dank geht an Blackfire Games. Echt, ich danke schön an dich. Finden wir super, dass du uns abonniert hast. Genau. So, das nächste Dankeschön, an wen geht das denn? An Adidi... An Adidi231, der 231-Fer. Ähm, warte mal, ich muss mal draufklicken. Beziehungsweise gucke ich mal, wie der YouTuber heißt. Immer nur den Kanaltitel, zumindest ist auch irgendwie ein bisschen beschissen. Ähm, okay. Okay, der Kanalname, der ist auch nicht besser als seine Überschrift. Also der nächste dann geht an Adidi231, der 231... Ja, whatever, dankeschön. Okay, dann, das nächste schöne Dankeschön, geht an. FPS Zero. Du hast mir jetzt aber nicht den Namen geklaut, ne? Also, so das D. Nee, ich werde mich dann privat in einer Mafia-Runde... Was sagt mir der Name, das ist Salix? Bestimmt nichts über den Salix. Moment, ich glaube, ich weiß, was es ist. Aber egal, das später an. Dickes Dankeschön auch an dich. Aber pss, den kennen wir nicht. Okay, das nächste Dankeschön geht an. Actually, äh, ich muss jetzt kurz mal anklicken, um hier zu gucken, um den vollen Namen zu lehnen. Denn der ist recht lang, äh... The Electrical Gamer, oder so. Richtig, und... Dankeschön an dich. Das nächste Dankeschön geht auch an Julian Rap. Ja, gute alte Zeiten. Mit Julian hatte ich früher sogar, naja, was heißt relativ... Also für die Community-mäßig relativ viel Kontakt. Ähm, ja, ist auch relativ früh dabei gewesen, war, glaube ich, einer der ersten fünf Abonnenten. Äh, danke Julian an dich, dass du hier deinen Weg hier drauf gefunden hast. Genau, Dankeschön. Das nächste Dankeschön geht an den Kanal von ThePolarWolf98... Ach, 98... Äh, 980, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, das ist auch Gamers Ground intern. Okay. Minecraft Forever, so lautet die Kanalüberschrift von unserem nächsten... Ähm, MrSecBoy200. Dankeschön für dein Abo bei uns. Äh, das nächste Dankeschön geht an StoneMaster0156. Dankeschön an dich. Auf jeden Fall. Ja. Dankeschön. Ähm, ist jetzt der richtige Punkt, um zu erwähnen, dass ein Abo 6,99 Euro im Monat kostet bei uns? Ähm, ähm, Dankeschön an Minecraft und andere... Ich muss mal kurz auf den Namen klicken. Äh, und andere epische Spiele von Pargo885. Genau, und das nächste Dankeschön geht an den schönen Kanal, TheShows, den ich. Äh, ich guck mal kurz nach dem... Namen. Ich find ihn grad nicht, aber ich denke mal, es ist von TheShowsenEich. Äh, ja. Oh, was tut mir. Das war... Das war übrigens ein Witz. Das mit den 6,99 Euro im Monat. Stimmt, das kostet nämlich 7,99 Euro im Monat. Okay, dann lass uns mal weitermachen. Ha, gegeben. So, ein Let's Player ohne... Ohne, ohne draufklicken. Ein Let's Player ohne Let's Plays. Auch sehr empfehlenswert. Also, da ist immer relativ Ruhe. Also, das ist so ein chilliger Let's Player. Ja, also seine Let's Plays, ähm... Ja, die sind so ein bisschen ruhiger. Let's Plays ohne Let's Plays. Ne, logisch. The Best Sascha LP ist sein Name auf YouTube. Dankeschön an dich. So, das nächste Dankeschön geht natürlich an SuperPBGamer, dessen Name wahrscheinlich SuperPBGamer ist. Ja. Ja, ähm... Schreib doch mal in die Kommentare. Ich klicke hier gerade auf deinen Kanal. Ähm, du hast ja recht, viele Gothic und Risen Videos. PB kommt wahrscheinlich von Piranha Bytes. Hab ich recht? Hab ich recht? Ja, ich werd recht haben, weil ich immer recht hab. Ähm... Zitat von einer gewissen Person. Okay, egal. Andere Geschichte. Wer ist denn der Nächste? Äh, der Nächste ist mit dem Kanal... Na, komm, wir spielen. Jetzt ein bisschen. Jetzt ein bisschen. Äh, und der Typ heißt, äh, das BeefLP. Und hat auch ein sehr ansprechendes Kanaldesign. Wirklich sehr schön. Okay, auf der nächsten Seite kommen mir schon gleich ein paar bekannt vor. BlockCraft98. Hallo bei uns auf dem Kanal. Ähm, Dankeschön für dein Abo. Ja, das Nächste geht an Zocker oder Zockgamer, Let's Play, etc. PP, whatever. Ähm, ja, so heißt er auch. Brauch ich gar nicht mehr viel sagen. Dankeschön an dich. Mach du mal auch noch das Nächste. Ich will das über Nächste. Okay, das ist kein Ding. Äh, der Nächste heißt Tom Becker. Dankeschön an dich. Ja, dann ein Dankeschön an Join the Colony. Und Join the Colony ist ja auch der richtige Ausdruck von Mr. Colonia LP. Ähm, ich bin auf ihn aufmerksam geworden. Ähm, weil er auf uns aufmerksam geworden ist. Beziehungsweise er hat sich bei uns im GG beworben. Und hat in seiner Bewerbung seinen YouTube-Kanal mit da gelassen. Und ich hab mal seinen Blick drauf geworfen. Ähm, wirklich richtig tolle Let's Plays. Das muss ich wirklich sagen. Hab ich auch gleich ein Abo da gelassen. Also, unbedingt mal reinschauen. Das ist richtig toll. Richtig. Also auch ein Dankeschön an dich für dein Abo bei uns. Okay, das Nächste geht an. Das Nächste DD geht an, ähm, Diamond LP. Oder Diamant LP, je nachdem, wie er sich aussprechen möchte, lassen möchte. So muss man sagen. Ja, Dankeschön an dich. Danke, 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 danke. Auch ein Danke an Remote. Und ein Kanal von, äh, Kanal von M2, ähm, M2 Kill, so, Killy. Ähm. Ja, wo wir auch grad bei M2 wären, ähm, M2 Tutorials, ein Dankeschön an die Tutorials, die uns abonniert haben. Das kommt nicht von mir. Ähm, okay, das Nächste Dankeschön geht an Gelegenheits LP, ja. Ein Dankeschön an. Und an The Einzig True. Dann geht das Nächste Dankeschön an jemanden, den ich, glaub ich, sogar kenne. Der heißt Dome Let's Play. Doom Let's Plays, bitte. Wann ich doch. Obwohl, nein, Doom eigentlich ist, ach, keine Ahnung. Naja, ne frische Pizza würde mir jetzt auch gut tun. Äh, hab ich jetzt leider nicht da, aber ich hab ein Abo von XXFreshPizzaXX. Auch, ähm, auch sehr toll. Von daher, was will man mehr? Richtig. Pizza wäre jetzt wirklich schlecht. Ja, das nächste Abo kommt von ShadowbloodwolfBVX. Keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Auf jeden Fall ein Dankeschön an dich. Der Kanal heißt BloodworkXgame2. Ein Dankeschön auch an Mr. Merlet. Der sagt mir jetzt wirklich was. Okay, ähm, das nächste Dankeschön geht an Hallo. Ist da YouTube? Nein, hier ist Punkt, Punkt, Punkt. Äh, whatever, der Typ heißt ARB Let's Plays. Okay, ähm, einen Moment kurz. Das nächste Danke geht auch natürlich an MC David. Richtig. Ein Dankeschön an dich. So, das nächste geht an Kira Tutsumaki. Äh, Dankeschön an dich. Ja, ich mach dich. Und das nächste, nach dem nächsten, ähm, das kommt von Cakecup Mini. Mhm, die ich sogar in Wirklichkeit kenne, ja. Und das allerletzte Abo, das wirklich allerletzte, das hundertste, kommt von Let's Play Infinity. Wer hätt's gedacht. Yay. Wobei ist es nicht das letzte, ähm, Abo, was hier dagelassen wurde, sondern wie gesagt, die sind in einer ungeordneter Reihenfolge. Aber wir haben auf jeden Fall alle Abos vorgelesen. Genau, um genau zu sein, hundert eins haben wir vorgelesen, aber das wird jetzt nicht schlimm sein. Ähm, oder? Vielleicht haben wir uns auch verzählt. Ihr könnt ja beziehen. Ja, wir haben einen ausgelassen. Und das war auch bewusst. Ja, äh, 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 weil das ist nämlich von uns gerade. So, und, ähm, ähm, äh, mh. Ja, ich glaub, das war's. Das war mit dem hundertsten Video, ähm, hundertsten Video sag ich schon da, na, Zukunftsgenang. Das war mit dem hundert Abonnenten, ja, Special, ich weiß nicht, ob man's wirklich Special nennen kann oder überhaupt ein Special angebracht ist bei hundert Abonnenten. Wir freuen uns jedenfalls auch über so kleine Summen. Ähm, ja, und ich würd sagen, damit beenden wir auch dieses kleine Video hier, oder, Nico? Genau, ich wollt noch kurz was sagen. 101mal Dank an alle Abonnenten, die wir jetzt gerade momentan haben. Sogar so spielabends haben uns noch welche abonniert. Dankeschön, 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 dankeschön. Ja, das war's. Okay, okay, Leute, wir sehen uns nachher, Leute. Tschüss.